Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum, und ich begrüße euch zum Unboxing der Fernbedienung von DEVOLO. Der Aufkleber war nicht richtig drauf, können wir so abmachen. Und dann haben wir auch alles ausgepackt. Dann können wir im nächsten Video daran gehen, alles anzuschließen und zu testen. Ich habe die Apps ja schon runtergeladen. Ich bin da mal sehr, 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 sehr gespannt. Auch mit dem Heizungsding bin ich sehr gespannt, ob ich das vernünftig angeschlossen kriege. Ich bin ja halt neugierig. So, und das war schon für das Unboxing. Da ist jetzt wirklich nur die Benzettel drin und die Fernbedienung, die ich aber zugeben muss, sehr, sehr schick ist. Mit Silber. Ich liebe das Silber. Das gucken wir uns gleich im Hardware-Video ganz genau an. Also es ist wirklich nur eine Fernbedienung mit bei und die Hefte. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin. Bis dahin, Ahoi.